Guten Tag, mein Name ist Silvia Stamm. Am Fernstudieninstitut bin ich dafür zuständig, die Lehrkräfte und Studiengangsbeauftragten in allen Fragen der Fernstudiendidaktik und Konzeption unserer Fernstudiengänge zu unterstützen. Fernstudium heißt für uns, dass Sie jederzeit und an jedem Ort lernen können, Ihr Fernstudium so weit es geht selbst bestimmen können. Dafür stehen Ihnen alle Studienmaterialien online auf unserer Lernplattform Moodle zur Verfügung. Das haben Sie schon gehört, vielleicht von den Studiengangsbeauftragten. Was heißt das nun konkret für Sie? Sie lernen mit unterschiedlichen schriftlichen Studienmaterialien. Wir haben für Sie wichtige Bereiche der Pflichtlektüre zusammengefasst, was nicht bedeutet, dass Sie nicht auch mal eine Bibliothek aussuchen werden müssen im Verlauf Ihres Studiums. Die Studienmaterialien sind didaktisch aufbereitet. Sie umfassen Lehrtexte, geben Ihnen aber auch die Studienziele vor und enthalten auch Fragen zur Lernkontrolle, mit denen Sie jederzeit dann den eigenen Lernfortschritt überprüfen können. Neben einer reinen Literaturzusammenstellung bietet unsere Lernplattform Ihnen jedoch auch noch mehr. Zusammen mit anderen Studierenden werden Sie beispielsweise Lerninhalte in WGs zusammenfassen können und dabei jederzeit auch von uns dabei angeleitet. Sie werden Online-Seminare verfolgen können oder auch eigene Gruppenarbeiten in einem eigenen Gruppenarbeitsraum entwickeln können mit anderen Studierenden. Das heißt, dass Sie bei uns nicht nur alleine mit den Studientexten in Ihrem Studierzimmer sich eingeschlossen fühlen, sondern jederzeit auch mit anderen Studierenden und den Lehrkräften verbunden sind. Wir verfolgen zugleich ein Blended Learning Konzept. Das heißt, dass uns auch die Verbindung zwischen dem reinen Selbststudium und der Präsenzlehre ein wichtiges Anliegen ist. Denn Sie sollen nicht nur die Lehrkräfte auch persönlich kennenlernen können und ihre Fragen stellen, sondern auch untereinander mit den anderen Studierenden Netzwerke bilden können, sich austauschen und so eine Lernerfahrung vertiefen können. Es gibt auch immer Lernerfahrungen, die nicht alleine durch das Selbststudium erreicht werden können. Wir haben Rollenspiele, Exkursionen, Planspiele, die auch ihr Studium abwechslungsreich und sehr interessant gestalten. Insofern haben wir durch unsere langjährige Erfahrung seit über zwölf Jahren bieten wir Fernstudium hier bei unserem Institut an. Durch unsere langjährige Erfahrung können wir sagen, dass gerade dieses Blended Learning Konzept, die Mischung aus Selbststudium und Präsenzphasen zum gegenseitigen Austausch ein sehr gelungenes Konzept ist, das auch Ihnen helfen wird, Ihr Fernstudium erfolgreich abzuschließen. Vielen Dank!